Guten Tag, Tobias Schlegel mein Name, ich moderiere bei Aspekte dem Kulturmagazin im ZDF. Das tut jetzt aber gar nichts zur Sache, ich möchte Sie aufrufen, korrektiv zu unterstützen. 5 Euro Minimumbetrag, ihr könnt auch 10 Euro geben oder 20 Euro. Ich habe Ihnen gerade hier beim Grimme Online Award einen Preis überreicht, völlig zu Recht. Den guten Journalismus gibt es noch und der muss unterstützt werden. Die stellen sogar ihre Rechercheergebnisse allen zur Verfügung. Eine gute Sache, ich wäre dabei, ich hoffe ihr auch.